Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar bin ich diesmal nicht allein und zwar der Christoph ist auch mit dabei Hallo, ja ich bin der Christoph und ich werde mit dem Promi jetzt ein bisschen Black Ops 2 spielen Das glaube ich irgendwie, ich habe den Namen vergessen, was machen wir? Road to Commander Road to Commander, das heißt irgendwie Also ganz genau erklärt, wir leveln von 1 bis 55 und nehmen dabei auf Aber wir machen das in verschiedenen Parts Und der Christoph levelt mit mir gemeinsam und wir werden mal schauen, wer schneller oben ist Alles klar Christoph, ich lege los Alles klar, los geht's So, schauen wir mal, ob wir ein gutes Team-Deathmatch-Spiel finden Am Anfang kannst du leider nur die Anfangsklassen nehmen Und die sind ehrlich gesagt nur scheiße Oh Gott, nee, die sind einfach nur größter Crap Ich kann es zu in eine Tonne treten Christoph, was hältst du jetzt eigentlich von der Homepage, wie wir sie jetzt gerade umgeändert haben? Ja, Homepage ist sehr übersichtlich geworden, muss ich schon sagen Also, man hat nicht plötzlich alle News auf einmal, die auf einen fliegen, sondern man kann sich relativ mal ordnen, was man sich anschaut Ja genau, ob man jetzt lieber zum Beispiel jetzt von GameTV oder General F oder Unstabil oder von mir sehen will Da seht ihr auf der Homepage zwischen den verschiedenen Usern, da stehen dann immer die neuesten News dabei und auch verschiedene Tränen Jungen Ich weiß gar nicht, habe ich das jetzt nicht getan oder was habe ich denn da jetzt? Ich bin gerade total überfragt Ich habe gerade eine Shotgun Wie? Die Shotgun ist gerade ausgepackt Wow, okay Christoph, hast du schon einen Kill? Ich nehme mich nicht Keiner Ich habe einen Kill Ja, habe einen Kill Der ist mit so einer dreckigen Bimbo-Waffe So, ich finde, ich muss mein Most nachher definitiv noch umstellen Hm Immer schon einstellen alles Wow Ich habe gerade überhaupt keinen Plan, ich renge gerade nur irgendwie im Auto Du kannst, wenn du tappst Was? Ich habe dich erwischt? Jetzt Oh, ich versuche gerade mit dem Oh, ich bin gerade Ah, ich bin Level abgestiegen, ich habe drei Kills Vier Kills Nünf Kills Ich bin ja normalerweise nicht da Oh, ich habe schon 5-1 Das ist für eine Dreckswaffe ohne Spaß Welcher hast du denn? Ich weiß gar nicht Ach, das ist die Scorpion Die hat eine übelst hohe Feuerrate Boah, ist die Der muss echt auf Nahkampf gehen, sonst hast du keine Chance Nein, ich habe nichts Ich habe die M27 gehabt Ah, okay, die ist eigentlich gar nicht mal so schlecht Oder Shotgun Nee, ich kann mit der gerade gar nicht Okay Ich bin nicht Call of Duty gewöhnt, ich bin ein Battlefield-Spieler Ja, das ist bei mir, ich kann mich da immer so schön umändern Ich bin schon 6-3 Das geht bei mir gerade gar nicht Weil ich gewöhne mich da immer schnell um wieder Wenn ich jetzt... Das ist komplett anders Das ist nicht Ich bin ja Ich bin ja Ja Oh, mega leck gerade Ich habe gerade ein Stammfeld So, dann werden wir doch mal Ich probiere jetzt mal ein Kill Ich habe noch ein Kill Ich cap gerade ein bisschen Aber liebe Freunde, sowas darf man hier auch Es ist einfach nur eine minderwertige Map ein minderwertige mit gasen ich hab wieder einen haha der wollte er hat es auf meinen camperspot abgesehen aber da dachte ich hock da noch so ich hoffe die maus jetzt ein bisschen besser umgestellt hat die maus gerade umgestellt hab wieder einen wieder einen oh scheiße hat mich gerollt was liebe freunde ich bin gerade gut und das mit den anfangsklassen liebe freunde ja ladies and gentlemen mit den anfangs schon wieder level abgekommen ich weiß was habe ich da extrem mit der maus das geht gar nicht ja eventuell zu hoch eingestellt also reagiert sie zu schnell oder zu langsam christoph das ist eben das kann mich auf sich gerade umsehen aber fett umsehen ok du musst halt eben na gut ist eher die gleiche steuerung wie battlefield ne also von daher ja steuerung im vergleich aber mit dem umsehen und so das geht da kommt momentan gar nicht ok alter das zielen das zielen ist dann das dreck wir haben den vorteil verloren hilfe christoph die holen mich nicht gut nicht gut nicht gut nein nein die patrice das ist der fabrizier fabrizier ja fabrizier christoph kriegst du wieder kinder aber ich habe mir gerade die 1 94 von dem gegner aufgehoben ich habe gerade ein paar gegner wieder gekehlt ich habe einen gegnerischen wächter zerstört schweizier scheiße irgendwie kann ich nicht was kannst du nicht der läuft nur kurz und dann hört er wieder auf ja du das liegt das liegt dann da ich habe das irgendwie entnehmen ja hast du drückst du auch immer shift beim laufen dann hört er automatisch irgendwann auf da musst du ganz kurz ja es kommt darauf an welche klasse du hast ne weil manche klassen da die haben nicht unendlich sprinten drin ich habe jetzt irgendwie so ein mg oder so oh ja ich höre es sofern dass du bist was grad voll drauf gehalten hat das hat zielsucher dabei ne das mg ja das visier gefällt mir aber überhaupt nicht also es ist das ist ein noob visier weil damit kann jeder spielen also eigentlich müsste es damit äh nicht so schlecht sein die erste runde ist schon aus boah ich bin schon level 5 ich bin schon level 5 ich bin schon level 5 ich war jetzt 64er kd gerissen das mit den anfangswaffen ey oh mit der g komm schau dir das an lieber josa wir haben schon unsere erste runde absolviert da spielen wir gleich noch eine christoph jetzt kann man ja schon ahja du musst level 3 sein dann kannst du auch schon eigene klassen erstellen ne level 2 level 2 ja geil muss ich nicht geht gar nichts für mich ich bin einfach ich stelle mir gerade meine eigenen klassen ein wenn wir gerade die ersten klassifikationen so semtex will ich haben handgranate zweimal super sache leichtgewicht und ich packe mir noch hardliner dazu geht nicht schade muss ich eine handgranate wegtun zigkeit gewandtheit ja genau perfekt aber ich brauche noch eine zweite klasse oh ja typ 25 perfekt christoph jetzt gehen wir die mal so richtig zerreißen hätte ich gesagt okay ich bin ein gewinnspiel vorbeischauen bei mir auf meinem kanal das heißt auf jeden fall kräftig abonnieren und schreibt die ausrede ich bin battlefield ich bin ein eingeflashter battlefield spieler ich kann call of duty einfach nicht wirklich ja siehst du das ist ich bin einfach battlefield sehr meins ja jeder jeder mensch hat einfach sein eigenes spiel was er bevorzugt da jetzt einfach mal wir haben den vorteil errungen hab ich schlecht wo sind denn die juden ich finde euch eh eh vergase ich sie wir haben wir haben noch einen wir haben die konz